Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, eine einfache Möglichkeit auf den Computer von anderen Nutzern zuzugreifen, zum Beispiel um diesen zu helfen. Wir haben schon einige Videos zu dem Thema erstellt, hier nun einfach nur der jüngste Eintrag. Kommt diesmal direkt von Google und besticht damit mit Einfachheit und Barrierefreiheit. Nachteil, man braucht einen Google-Account. Wer damit kein Problem hat, der findet hier eine ganz einfache Möglichkeit auf die Computer von anderen zuzugreifen. Wir finden das Ganze unter remotedesktop.google.com, Link natürlich in der Beschreibung. Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal Remote-Zugriff für den Fall der Fälle, dass der auf dessen Rechner wir zugreifen wollen, nicht selber am Rechner sitzt oder eben anderen helfen, die Remote-Unterstützung. Ich mache das hier unter Windows 10 auf dem Rechner. Der soll die Hilfe bekommen und hier der Linux-Rechner, der soll helfen. Der muss auch nicht viel machen. Der Rechner, auf den zugegriffen werden soll, der klickt hier auf die Remote-Unterstützung. Da können wir hier ein entsprechendes Programm installieren, für den Fall der Fälle, dass wir das öfters brauchen. Wir müssen wahrscheinlich dasselbe Programm auch installieren, wenn wir es nur einmal brauchen. Naja, jedenfalls hier Unterstützung erhalten. Hier unten wäre Unterstützung anbieten. Ich klicke hier also drauf. Muss hier die Erweiterung hinzufügen. Im Grunde ist das aber ein ganz normales Programm. Das sehen wir nämlich hier. Das ist eine MSI, ausführbare Datei. Bereit, akzeptieren. Und dann ist das ein ganz normales Programm. Zum Moment warten, bis das hier alles abgeschlossen ist. Dann fertig. Klicken wir hier auf Fast geschafft. Kann ich das hier schließen. Von nun an. Zweite Mal brauchen wir das ja nicht mehr. Wenn wir da drauf geklickt haben, können wir hier direkt den Code generieren anwählen. Der erscheint dann hier. Der ist dann für 5 Minuten gültig. Und der muss natürlich zum Beispiel über Messenger an die andere Seite übermittelt werden. Insoweit hier. Also auch Remote-Unterstützung. Allerdings hier Unterstützung anbieten. Hier muss nur der entsprechende Code eingegeben werden. Danach Verbindung klicken. Mal zurück. Hier müssen wir das Ganze dann nochmal zulassen. Freigeben also. Und auf der anderen Seite erscheint dann das Bild. Abgesehen vom Bild wird auch Ton übertragen. Und wir haben hier so einen kleinen Halbkreis. Wenn wir da draufklicken, fährt sich ein Menü raus. Und wir können hier noch weitere Einstellungen vorgeben. Oder vornehmen. Das Ganze funktioniert auch sehr hervorragend, wenn man mehrere Bildschirme hat. Hier nämlich Bildschirme. Alle Bildschirme anzeigen. Standardmäßig beginnt das Ganze dann mit beiden Bildschirmen oder allen Bildschirmen nebeneinander. Angezeigt. Und wir haben dann hier die Möglichkeit eben anzuwählen, dass wir nur einen sehen wollen. Damit das Ganze eben wesentlich größer ist. Insoweit hier entsprechend vornehmen. So und abgesehen davon kann man den Rechner hier jetzt also problemlos steuern. Hallo, Welt. Und dann kommt das hier entsprechend auch an. Braucht man das Ganze nicht mehr, kann man hier einfach die Freigabe beenden und der andere kann dann auch nichts mehr sehen. Ist also ganz einfach. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020